Einen wunderschönen guten Damen und Herren, jetzt willkommen in einer neuen Folge von Star Wars Outlaws. Ja, jetzt müssen wir warten bis sie weg sind. Uns passiert das gleiche wie gestern. Da. Ich hätte nur eine Sekunde länger warten müssen. Jemand? Ne. Imperium wird siegen. Okay. Mach das mal. Leite Bossnock aus der Station. Lass mich raten, ich muss hier aufmachen. Ah ne, geht automatisch auf. Schaltest du jetzt die Energiebarriere aus, oder was? Oder doch nicht. Ich dachte, du hattest das alles geplant. Hatte ich auch. Und laut Plan schaltest du die Energiebarriere aus. Okay. Hättest du mir auch früher sagen können. Hottel. Hä. Hey, komm zurück. Die Imperiale glaubt es nicht. Äh, was? Ich hab die Warnbrecher abgeriegelt, aber sie versuchen die Türen aufzustemnen. Schnell! Ich, ich komm ja schon. Warum riegelst du denn... ... ... ... Schiff ab? Warum lassen wir solchen Abschaum überhaupt hier rein? Wenn der Anblick der Größe unserer Operation sie entschachelt, bin ich dafür. Gouverneur Torben weiß schon, was er tut. Könnt ihr jetzt... Warte mal. Ja, ja, los geht's. So, ich muss einfach da durchlaufen. Äh, mitlaufen. Okay. Gut. Okay. Kaputieren. Scheiße. Mach die Tür auf. Ja, ab verloren. Hier, tötet mich. Ja, ja. Äh. Unangenehm. Hätte ich das denn besser machen sollen? Hm. Komm heute noch mehr Peik-Besucher hier durch? Ja, fertig. Ja, ja, los geht's. Wenn der Anblick der Größe unserer Operation sie entschachelt, bin ich dafür. Gouverneur Torben weiß schon, was er tut. Ja, ja. Er weiß, was er tut. Und die hätten gar keinen Alarm auslösen können. Shit. Ja. Alter. Ja, schon klar, Boss Nock. Gut, dann lassen wir hier reingehen. Ja, hier ist jemand. Mehr lange. Ja, bumms. Okay. Zugreifen, muss ich's hacken? Nee. Wird es nicht schneller gehen, wenn ich dich trage? Wes? Ich lass doch mein Zeug nicht hier. Also, naja. Die andere Tür ist nicht aufgegangen. Hast du den richtigen Knopf gedrückt? Ich muss sie improvisieren, Boss Nock. Warte. Gut, ich hab's. Hä? Was hast du denn da gemacht? Ich falle. Keine Ahnung, ich hab nur einen Knopf gedrückt. Such nach mir, Einbringling. Du musst hier runterkommen. Ja. Super. Warum ich denn da unten? Ich kann ja hier die Tür nicht mehr aufmachen. Hä? Ah, jetzt ist hier aufgegangen. Okay. Nein, hallo. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Boz Nock, bist du da? Oh-oh. Ja, das ist nicht gut. Ja, wir finden ihn schon. Ich hab gesagt, was du dir machst. Und genau wegen sowas wirst du nie befördert. Du kannst es einfach nicht lassen, deine Nase an andere Leute angelegenheiten zu stecken. Wie bist du überhaupt hierher gekommen? Das wüsstest du wohl gern. Solche Fragen können einem das Leben verkürzen. Soll das eine Drohung sein? Ich sage nur, dass es keine Schande wäre, wenn dich jemand umlegen würde. Das melde ich. Und ich lass dich nicht aus den Augen. Das reicht. Ich schlage Alarm. Shit. Ja, okay. Ach so, fertig. Komm. So. Hier wird gar nichts gehalten. Ach, scheiße. Nein, ihr braucht keine Hilfe. Los, weg da. Okay. Was? Was willst du? Ja, ich muss erst mal wissen, wie ich auf die andere Seite komme, mein Lieber. Also. Weiß ja auch nicht. Kann ich einfach hier drüber? Nee. Äh. Kann man hier durchgehen? Aber das bringt mir auch nichts. Nee, dann gehe ich wieder zurück. Also. Kann ich irgendwo klettern? Auch nicht, hä? Geht das? Nee, das geht nicht. Okay. Ach, scheiße. Und genau wegen sowas wirst du nie befördert. Du kannst es einfach nicht lassen, meine Nase und andere Leute Angelegenheiten zu stecken. Wie bist du überhaupt hierher gekommen? Lass ich einen Weg finden, wie ich da überhaupt... Solche Fragen können einem das Leben verkürzen. Soll das eine Drohung sein? Ich sage nur, dass es keine Schande wäre, wenn dich jemand... Aber ganz sicher nicht. Aber ganz sicher nicht. Okay. Da war doch... Komm schon, ja, sehr gut. Da auch, komm. Okay. Next. So, ist gut. Alright. Ah, ich muss das kaputt machen. So. Lol. Ja, okay. Wir können weiter. Was war das? Was machst du da für Geräusche? Was ist das? Hat das geklappt? Ja, hi. Okay. Scanne Inhalt nach Lieferung. Fragt nicht erkannt. Autorisierung der Hangarkontrollbucht erforderlich. Anscheinend musst du die Frachtautorisierung überschreiben. Hm, verstanden. Wo ist die Steuerbucht des Hangars? Voraus. Okay. Dann lass ich ihm noch alles mitnehmen, was hier ist. Und dann gehen wir die scheiße hacken. Ja, komm. Oh, shit, da sind mehrere. Ach, die scheiße. Oh, die sehen mich nicht. Hä? Dann greif ihn mal an. Let's go. Sehr gut. Und rein hier. Dann den angreifen, Nixi-Boy. Sehr gut. So ist brav. Kannst du den mal ablenken? Nix. Es ist Showtime. Verspottet es mich etwa? Ja. Genau das musst du noch machen für die eine Aufgabe. So, Fähigkeit freigeschaltet. Äh. Wenn möglich, Kay schnell auf alarmierte Gegner zu reagieren und deren Reaktion zu verlangsamen. So. Okay. Verschwarzen. Fertig. Gut. Kay kann ihre Feinde beschwatzen und sich so weit volle Zeit erkaufen. Also hier machen wir Siegegegner, die unter dem Einfluss von Beschwatzen stehen mit dem Betäubungsschuss. Hm. Okay. Bei so vielen Truppladen kommen wir nicht durch den Hangar. Vielleicht können wir sie rauslocken. Oh, jetzt muss ich scheiße hacken. Okay. Hm. Schon mal zwei richtige. Okay. Hm. So. Easy. Na schön. Acht Literung genehmigen. Die Sturmtruppler da unten ziehen ab. Das ist die Gelegenheit, Nix. Kehren wir zurück aufs Schiff. Na dann. Nehmt das aber zur Sicherheit mal mit. Man weiß ja nie. Ja, jetzt muss ich sie ja lassen. Ja, okay. Alles klar, Nix. Wird schon schief gehen, Kumpel. So, noch alles mitnehmen. Sehr gut. Aufmachen. Erreiche die Bahnbrecher. Ja, fuck. Sehr gut. Oh, scheiße. Mich gut. Mach mal auf die Tür hier. Wo ist denn die Bahnbrecher? Da hinten. Ähm. Hier. Herrgott. Was ist denn noch mehr? Ah, fuck. Ja, ja. Ist zu spät. Ist zu spät. Ach, scheiße. Wenn du das hier überleben willst, dann mach das Ding auf. Ich kann nichts dafür. Sie ist einfach noch nicht bereit. Dann sorg dafür. Hm. Okay. Mach weg da den Kollegen. Schon kapiert. Aber der Bahnbrecher darf nichts passieren. Junge, 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 Junge. Hab ich noch? Äh? Heil dich mal. Die hören nicht auf. Hab keine Granaten mehr. Ach, du heiliger. Ja, ja. Komm schon. Gib mir die Viole. Danke. Weg da. So. Nein, nein, nein. Das war unser Ausgang. Dann sorgen wir für einen neuen. Aktivier die Booster und bring uns hier raus. Ja, okay. Die sperren uns ein, Kay. Nein, nein. Wir sind draußen. Guck mal, wir sind weg. Nichts ist gut. Da kleben Tees an uns. Wir müssen von dieser Station weg. Leg wieder ins Trümmerfeld. Da hängen wir die Tees ab. Guck mal, wir haben den Punkt, was zum Quest-Bereich zurückkehren. Oh, Jesus Christ. Da ist er für das Feuer. Verstanden. Ich weiß nicht, ob das reicht. Ich muss den Bereich verlassen. Ja. Och, Mann. Dann müsste er ein bisschen früher anzeigen, wo ich hin soll. Piloten aufgepasst. Wir haben die Unterstützung mehreren der Tierabfang-Jäger angefordert. Ja, weg da. Guck mal, den Boost. Sehr gut. Reiche des Trümmerfelds. Südstatus aufheben. Ja, ja. Aber wir sind im Wrackhaufen. Das ist schon mal gut. Muss ich das kaputt machen? Ja, aber... Ja, aber... Ja, fuck nie, ey. Siege die Verfolger. Ja, einfach hier mal. Wo sind die denn? Hier. Ja, komm. Komm schon. Ja, Gott. Easy. Ich bin doch dran. Komm schon. Ist er denn? Hallo? Okay. Wo muss ich hin? Ist der Typ in dem Glas? Ah, Bosnock. 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 Gut. Ja. Toll. Nähere dich dem Relais und ich lösche das System. Noch nur ein paar Sekunden. Ohne Unterbrechung. Ja, ja. Ja, komm. Frühe den imperialen Funk. Ja, komm. Sehr gut. Okay. Schreibt mir nur, wo ich hin soll. Fähre nach Mirogana zurück. Machen wir doch. Sehr gerne machen wir das. Finden wir noch irgendeine Fracht oder so? Ja, egal. Einen schönen Boost. Und let's go. Alles klar bei dir da hinten, Bosnock? Oh ja, ist eine Weile her, seit ich das letzte Mal so aufgekratzt war. Macht ihr sowas öfter? Also, tritt der Typ unserer Crew bei, oder? Wir sind keine Crew. Und nein, tut er nicht. Nein, tut er nicht. Ja, ich bin nicht. Aber wir sind keine anderen. Die Musik, ich bin nicht. Und wir sind bei uns. Die Musik, ich bin nicht. Ja, ich bin nicht. Aber wir sind nicht. Und wir sind nicht. Ja, ich bin nicht. Schei, ich bin nicht. Okay. We did it. So, Blaster modifizieren. Ähm, zwei Verbesserungen bereit hier. Plasma. Was kann ich da verbessern? Genauigkeit. Okay. Sehr gut. Verbessert. Und dann die Ionen. Kann ich auch noch verbessern. Verbessert die Genauigkeit des Blasters nochmal. Okay. Machen wir doch. So ist doch gut. Okay. Und. Aussehen. Gutes Aussehen ist schon cool. Ja, sonst können die nichts verbessern. Okay. Sprich mit Elera. Ja. Die lassen sich bestimmt Sabak spielen. Wie auch immer du das anstellen willst. Ich bin bald zurück. Mach nicht alles kaputt, Bosnock. Ja. Ich sage danke fürs Zuschauen. Habt einen schönen Tag. Macht's gut, meine Lieben. Tschüss. 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 Vielen Dank.